heute was geht ab leute team abelt hier hat mir eine ankündigung und zwar findet tbt 5 bald statt und zwar am sonntag den 22 11 wie immer um 12 uhr die regeln halt so wie immer diesmal aber auf def pro habe ich euch ja versprochen und das ganze wird gesponsert von custom play mit punkt die wir haben ein review zu ihrer matte gemacht könnt ihr unten in der beschreibung noch mal abchecken coole matten und der gewinner bekommt eine matte mit sein mit seinem wunsch design also ein design seiner wahl auf seine eigene matte und auf jeden fall danke an die check die mal ab auch wenn ihr nicht gewinnt könnt ihr dort einfach eine matte nach eurem wunschmotiv machen lassen und dann zugeschickt bekommen ich hoffe mit def pro wird bis dahin alles in ordnung sein ich habe mir gestern das einen neuen account gemacht weil und das neue update geholt und sowas sollte eigentlich alles klappen regeln so wie immer 12 uhr neues format neue bandlist diesmal die pairings nicht auf strife war so wie immer wir haben sonst unsere turniere und liga immer noch dort nur diesmal war es halt zeitlich zu knapp dass ich den bescheid gegeben habe und es ist halt auch noch das pro und das andere ist alles du link network nicht dass dann paar das nicht abchecken wegen dem user name und sowas ist ja meistens unterschiedlich wie gesagt ansonsten die regeln so wie immer system falls ihr gewinnt gibt ihr mir bescheid auf den heißt auf der pro heiße ich team bubble t schreibt mir dass ihr gewonnen habt dann trage ich das ein auf dieser seite link ist unten in der beschreibung dort könnt ihr immer die pairings abchecken teilnehmerzahl hat kein limit also einfach anmelden und in dir in die beschreibung eugen def pro namen kommentieren und dann schauen wir mal wie viele sich anmelden wie gesagt ko system der gewinner bekommt die matte und wie immer natürlich nur für abonnenten und subscriber und sowas am besten auch noch unsere facebook seite liken und die facebook seite von custom play mit punkt d als dankeschön dafür dass sie das sponsern ansonsten war es das auch schon wieder wie mal liken subscribe kommentieren checkt unsere anderen videos ab meldet euch fleißig an und leidet nicht so viel